es ist schwer an gute schiffe zu kommen zum glück haben wir mächtige freunde ich bin isabel cemento und ich bin dann befreien bist du für oder gegen mich dass wir sich zeigen isabel schiff unter beschuss oh scheiße oh shit oh shit auch schon schneller lella ein schiff wurde zerstört Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schiff vom Stapel gelaufen. Kurz zum Ort springen. Ah, die Performance-Probleme wieder. Die Performance-Probleme wieder. Neue Befehle an die Rauten. Was möchtest du? An die Segel und Rassen! Wir haben die Königliefer ausgemacht. Und du wirst... Du bist der Knast. Das ist toll. Ja... Aber erstmal möchte ich jetzt wissen, was hier abgeht. Konsumgüter. Tisch. Das haben wir. Äh... Wir brauchen neue Arbeitskleidung. Anscheinend brauchen wir neues Bier. Arbeitskleidung. Hier. Jetzt mach nicht so ein... Ich bin zu nerf. Ich bin zu nerf. Ich bin zu nerf. Dann... Soooo... Damit sind wir fast voll... haben wir noch gar nichts gemacht wenn wir hier weizen ja hier haben wir weizen da können wir hier auch noch gibt einfach alles ok Schiff unter Beschuss Ja 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 hier wollte ich noch weitermachen bis zum nächsten Mal